Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich Willkommen auf D.O.W.G. Was geht ab, meine lieben Freunde? Wie geht's euch? Erzähl doch mal, schreibt mir doch mal einen Kommentar da unten. Auf jeden Fall, Freunde, den Rapper Ferro740 kann man, glaube ich, derzeit als einer der gehyptesten Rapper neben Mero kennen. Ferro, mit den Husten-Momong-Stimmen. Bruder, sag mal ehrlich, wie kann man die ganze Zeit so auf dieser Tonspur, ich meine, der Rapper ist cool, die ist dead, aber wie geht das? Wie kann man auf so einer kratzigen Stimme die ganze Zeit rappen? Das ist doch mal unmöglich, meine lieben Freunde. Ja, meine lieben Freunde, und zwar wurden wir, also diejenigen, die auf jeden Fall den Kanal von Ferro740 abonniert haben, benachrichtigt, es gibt einen neuen Hit. Ja, meine lieben Freunde, man wird es wohl kaum glauben, ja. Also diese ganzen Videos mit dem guten alten Mois war natürlich eine sogenannte Promo-Phase für seine neuen Tracks, oder besser gesagt für seinen neuen Track. Und zwar am 20.06. kommt die Audio-Version auf allen Streaming-Partnern raus um 23.59 Uhr, also sprich am Donnerstagabend, ja. Das dazugehörige Video wird am 26.06. erscheinen, also sprich eine Woche später, und es wird bestimmt ein Hit. Also wenn man sich den kurzen Clip anschaut, den er auf seiner Homepage, auf seiner Ferro740 Hauptkanal auf YouTube hochgeladen hat, könnte es auf jeden Fall ein Hit werden. Ja, Hustenbonbon sind da auf jeden Fall, also der hat auf jeden Fall wieder mal den einen oder anderen Jibbet weggeraucht, oder den einen oder einen oder einen oder einen oder anderen Saruch, oder wie man so schön sagen würde. Also ich freue mich auf diesen Track, Freunde, wird bestimmt wieder ein Hit, und wir müssen natürlich wieder den Kai kontaktieren, dass er da wieder ein bisschen Klicks am Start bringen kann, ja. Ansonsten bringt das nichts mehr mit diesem ganzen Hype, ja. Okay, das müssen wir aussteigen, ja, sonst kriegen wir Probleme. Das war's mit dieser Folge, Rap Talk, meine lieben Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wie hat euch das kleine Snippet zu dem Track gefallen, Freunde, würde mich mal interessieren, schreibt es mir in die Kommentare. Wie findet ihr den Rapper Ferro740? Ist es einem Hype gerecht oder nicht? Schreibt mir das ruhig auch unter die Kommentarliste, und ich würde mich freuen. Abonniert diesen Kanal, und macht einfach nichts weiter. Guckt auch nicht nochmal die nächsten Videos oder so. Schaltet einfach demnächst nicht wieder ein, und ich danke euch fürs Einschalten. Das war's von meiner Seite, meine lieben Freunde. Peace and out, und Grüße gehen zurück. Peace. 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 Peace.